Ich habe mit meiner Mutter in Deutschland gekommen und mit meiner Brüder. Bei Deutschland gut, bei Mazedonien nicht gut. Vielleicht in anderen Ländern muss man den Teller auch so überschieben. Woher soll er wissen, dass er den Teller nicht drüber schieben darf? Er sagt, dass er den Teller nicht drüber schieben darf. Er sagt, dass er den Teller nicht drüber schieben darf. Guten Tag. Ich suche mit einem Wohnen in Hamburg. Und ich habe Großfamilien sechs Personen. Ihr wisst ja, nach Deutschland kommen im Moment ganz viele Flüchtlinge. Und nicht alle dürfen hierbleiben. Die Mama hat mir erzählt von Jana, dass sie zurück müssen und dass sie das aber natürlich nicht so gerne wollen und dass sie sich jetzt im Moment verstecken. Die kommen immer jeden Abend. Die kommen immer, wo ich sie liegt. Ja. 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 Ja.